Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Sims 4, Werwölfe, ähm, hier ist ein Pilz, Garten pflegen, achso, weiterentwickeln, genau. Ähm, genau, es ist der zweite Versuch, Garten pflegen, ähm, der zweite Versuch, ähm, der Aufnahme. Äh, denn ich habe so einen kleinen Fehler gemacht, ähm, wo, wo war ich jetzt, genau, ähm, ich mache mal schnell Pause. Es gab ein großes Update und wie ich gesehen habe, ist hier zum Beispiel beim Handy was neu. Können wir mal, aha, die Farben, ja gut, die konnte man früher auch schon, äh, das ist eine schöne Farbe. Hier, das ist jetzt so wie bei echten Smartphones, so mit Apps und so weiter, Unterhaltung, aha. Was ist das hier? Das ist Einkaufen, Plopsi durchsuchen, was gibt's denn hier? Okay, so ein bisschen selbsthergestelltes Zeug, ähm, Haushalt, Bestellung aufgeben, okay. Achso, man kann hier auch links und rechts, ah, okay, äh, tätig werden, oder? Ja. Jobs suchen, sozialplanen, Videoanruf. Gab's Videoanruf schon immer? Das habe ich in der ersten Folge, äh, der ersten versuchten Aufnahme, äh, drin gehabt. Da habe ich Lea jetzt angerufen um 5 Uhr früh und das hat sie überhaupt nicht gemocht, dass ich sie aufgeweckt habe. Ähm, und deshalb habe ich jetzt einfach nochmal neu gestartet. Telefon-Streich spielen, einladen, was ist das hier? Das ist, okay, alles klar. Ah, was ist das hier? Farbe der Telefonhülle ändern. Äh, Kamera. Okay. Moment mal, Farbe der Hülle ändern. Okay, und hier leuchtet auch noch was auf. Huch. Haushaltskalender. Äh, was ist da jetzt neu? Feiertag, Ereignis hinzufügen. Gibt's hier vielleicht was Neues? Kleinkindsspieltreffen. Wasser, Bergtor. Wohltätigkeitsparty. Promis, Grusel. Tanzparty, Haarsparty. Nee, hier ist nichts neu. Oder? Oder sehe ich es bloß gerade nicht? Aber da war auf jeden Fall irgendwas. Okay. Uh, wir haben einen Haufen Kohle. Ähm. Gut, die Folge. Aha, hier ist auch nochmal das, was er erforscht hat. Okay. Ähm, ich weiß nicht. Wisst ihr schon, was im neuen Update war? Keine Ahnung. Heute ist ja bei mir der 27.07. Morgen, um diese Zeit ungefähr, ähm, kommt das, ähm, was ist das? Highschool, ähm, Dings raus. Das Highschool Pack. Ich hab mir das schon gekauft. Und, genau. Dann schauen wir einfach da auch mal rein. Und vielleicht werde ich das auch, ja, ihr werdet jetzt ja sehen, ob ich da vorher auch schon mal ein Video dazu gemacht habe. Bevor dieses hier draußen ist. Okay, da kann's mal säubern. Jetzt schauen wir mal, was hier Neues ist. Maja Bach ist Tauchlehrerin geworden. Okay, das war, das war, vorhin war es was anderes. Vorhin kam, okay, also das wird bei jedem Neustart ausgewürfelt, was so in den Nachbarschaftsgeschichten kommt. Ähm, denn es sind, also bei der verworfenen Aufnahme, da waren zwei neue Tode dabei. Unter anderem auch Simon Scott, der Mann von Sarah, der, der Barbesitzerin vom, ähm, äh, in Hanford. Äh, was war das jetzt? Okay, gut, du könntest jetzt mal da reingehen. Dieser Pilz, ist der auch was hier? Pilze ernten, ja, genau. Ähm, Moment mal kurz. Diese Drachenfrucht, ne, das ist die Minze. Moment mal, Drachenfrucht, Pitaya-Baum, was zum? Ja, ich glaub, die Drachenfrucht haben wir verkauft. Ich weiß gar nicht, wo die schon wieder hin ist. Ähm, Pitaya, Orchidee, Piks-Pflanze, nochmal ein Pitaya, äh? Wo war denn dieses Ding? Eine Brunnen, Eisenhut, ja, keine Ahnung. Irgendwo waren es eine Drachenfruchtpflanze. Ah, was. Eine Präsenz haben wir hier. Was ist das hier? Schwarze Bohnen. Ja, keine Ahnung. Irgendwo ist auf jeden Fall eine. Wo hab ich denn die hingesetzt eigentlich? Paradiesvogel. Äh, da heulen wir mal. Ja, ist ja wurscht. Ähm. Okay. Was machst du denn da? Pilze ernten. Okay. Dann mach mal weiter. Ein Monotstab. Okay. Zerstörte Kammer. Äh, ah ja. Okay, das war das. Durch den Schuttkämpfen. Machen wir mal. Aufbruch. Okay. Hast du jetzt dann die Pilze. Okay. Könntest du gleich verkaufen. Und hier hast du rohes Fleisch. Das schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Äh, nee. Hast du das Fleisch da irgendwo hingelegt? Na, genau. Ich wollte es in den Briefkasten schmeißen. Oh, Michael. Ähm, nee. Äh, Remnia ist natürlich das Schuldige. Oh, nee. Komm, 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 komm. Das geht ja gar nicht. Ähm, genau. Die Folge. Da ist Rahul. Oder Rasul. Wie heißt der? Komische Vogel da. Ähm. Was machst du eigentlich? Bringst du gerade irgendwas? Schnüffeln vorstellen. Ähm, genau. Den Stab verkaufen wir noch schnell. Ich wollte doch eigentlich... Oh, oh. Eigener Betrieb. Ach so, Geschäft. Soziale Gruppen. Genau. Wild Things. Organisationen. Gruppen. Michael ist in keiner Gruppe. Eine Gruppe beitreten. Okay. Ich würde sagen, wir erstellen mal eine Gruppe. Michael. Dann hätte ich gerne Christopher. Geseffel. Äh. Ach, das geht gerade nicht. Äh. Okay, das geht gerade nicht. Das ist blöd. Hä? Offene Einladung, nur eingeladene. Hä? Wo sind denn die anderen alle? Leer ist auch nicht... Oder geht das nicht, weil es jetzt zu früh ist? Hm. Na, okay. Spielst du schon wieder? Oder immer noch? Ja, gut. Das ist ja schon mal besser. Okay. Ähm. Gut. Geht's dir auch? Sehr schön. Äh. Ja, das hat jetzt meine Pläne wieder komplett durcheinander geworfen. Schau mal, ist mein Rudel schon wach? Ah, Rory ist hier. Und Lou auch. Ja, okay. Super. Hm. Plaudern wir mal ein bisschen. Ja, klar. Ähm. Tag verschönern. Und. Äh. Bro-Umarmung. Du könntest dich auch noch mal verwandeln hier. Huch. Was machst du denn jetzt gerade? Was ist denn das jetzt hier? Oh, man. Wieder ein paar neue Bugs, oder was? Ui. Schon wieder wütend hier. Cardool. Genau. Verwandel dich mal. So. Äh. Noch mal ein bisschen quatschen. Vorteile von Bärwölfen gegenüber Vampiren. Ähm. Über die Kräuterkunde reden. Und glaubliche Geschichte bei Rory. Und über Interesse reden. Da können wir noch mal... Ich weiß nicht, ob wir aktuell ein Bündnis haben mit der Moonwood-Kommune. Soll ich mal nach Werwolf-Rudem fragen. Und... Ich weiß nicht. Gerade schon wieder mal echt verpeilt. Freundlich. Freundlich. Okay. Das hatten wir. So. Okay. Machen wir mal episches Training. Okay. Jetzt versuche ich es nochmal mit diesen Gruppen. Gruppe erstellen. Ähm. Nee. Das geht gar nicht. Ich wollte eigentlich beide Rudel da reinbauen. Warum geht das nicht? Hm. Ah. Das ist ja doof. Moment. Warum Christopher? Christopher ist hier. Oder muss ich... Moment. Einmal eine Gruppe erstellen. Okay. Versuchen wir es mal. Äh. Nee. Ist ja da. Okay. Gruppe erstellen. Machen wir erst mal so. Treffpunkt der Gruppe. Bei uns daheim. Äh. 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 Moonwood Mill. Den Funyard. Genau. Anforderungen. Kategorie wählen. Äh. Nee. Das ist egal. Äh. Werwolf geht nicht. Alter, Karriere, Familienstand, Merkmal. Oder ist das Merkmal? Doch hier. Ähm. Einzel. Oder? Nee. Das sind die Charakterzüge. Doch. Doch. Da müsste es auch drin stehen. Ganz unten bei Werwolf. Werwolf. Genau. Okay. Merkmal Werwolf. Ähm. Anforderungen. Äh. Gruppenaktivitäten. Schauen wir mal, was es da so gibt. Essen und Trinken. Grill, Käse, Backen. Bargetränke trinken. Essen, Grillen. Bargetränke trinken. Okay. Dann. Kunst und Musik. Wie wäre es mit Tanzen? Genau. Dann. Hobbys. Spiel und Spaß. Basketball. Bowlen. Gartenwasserrutsche. Genau. Definitiv. Ähm. Was haben wir denn noch? Videospiel. Äh. Körperliche Spiele spielen. Was ist denn das? Weiß man nicht. Basketball spielen. Können wir auch machen. Okay. Dann haben wir noch eine Sache. Unfug und Chaos draußen. Am Feuer abhängen. Können wir auch machen. Dann würde ich sagen, machen wir Basketball weg. Ähm. Whirlpool. Den habe ich geändert. Also beziehungsweise dieses Ding habe ich ja geändert. Ähm. Da ist jetzt ein Pool dabei. Im Meer tauchen. Herbst. Graben. Garten fliegen. Boah. Da gibt es aber echt viel. Häuslich. Das ist drin. Kinder. Sozial. Erschrecken. Freundlich sein. Kämpfen. Küssen. Umalbern. Kämpfen. Nee. Techtelmechtel. Witze schreiben. Ähm. Wie wäre es mit. Wie wäre es mit freundlich sein. Mit jedem. Okay. Was nicht geht. Nicht geht. Gemein sein. Nicht geht. Kämpfen. Kämpfen. Ähm. Ähm. Pff. Ja. Ich glaube das reicht. Okay. Oder? Drei übrig. Hobbys. Unfu Chaos. Draußen. Unfu Chaos. Objekte sabotieren geht auch nicht. Objekte sabotieren geht auch nicht. Brüllen. Objekte sabotieren geht auch nicht. Okay. Gut. Wir nennen. Ähm. Gruppe. Für. Werwölfe. Die einfach. Spaß in der. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Haben. Wollen. Oder? Eine Gruppe. Für. Wollen. Genau. Okay. Mitglieder. Ich würde sagen. Das. Offene Einladung. Nur eingeladene. Machen wir. Nur eingeladene. Okay. Gut. Äh. Achso. Ein Bild. Gut. Ein Wolf wird es wahrscheinlich nicht geben. Und ein Bär. Äh. Ist irgendwie nicht so passend. Ähm. Was nehmen wir denn da? Was passt denn da? Ja komm. Nehmen wir den Bär. Ist ja wurscht. Denken wir uns einfach. Das ist ein Wolf. Glückwunsch. Michael hat erfolgreich die Gruppe die Wolfis erstellt. Jetzt wird es Zeit neue Mitglieder anzuwerben. Und die Stadt zu erobern. Okay. Ähm. Lupe jubeln. So. Auf jeden Fall. Lu zu Liegestützen einladen. Äh. Gibt es hier? Ja Wolf Gruppen. In Gruppe einladen. Okay. Schauen wir mal. Rory ist auch da. Hier. So. Schauen wir mal ob das funktioniert. Oh. Das ist aber blöd. Weil es nicht so viel ist. Ja. Moment mal. Was haben. Was können wir uns denn. Gruppenoutfit ändern. Das ist egal. Gruppenvorteile. Ähm. Gruppengröße. 250 Punkte. Okay. Handschlag. Was ist das hier? Berüchtigte Gruppe. Oder beliebte Gruppe. Okay. Hier kann man halt alles nicht machen. Aufgabenboost. Was ist das hier? Gruppenklima. Wütend. Nee. Selbstsicher. Kleidung und Deko. Das brauchen wir gar nicht. Aber. Tja. Wir laden mal ein. Also auf jeden Fall unsere beiden. Eins. Zwei. Dann haben wir noch drei. Ja. Wie machen wir das jetzt? Sicher will ich mitmachen. Okay. Sehr schön. Lou ist dabei. Okay. Versammlung. Die ist nur manuell. Oder? Wart mal schnell. Rory, bleib mal bitte hier. Nee. Gruppen. Gruppe einladen. Michael, komm. Zähl auf zu plaudern hier. Okay. Willst du mitmachen bei uns? Sie freut sich. Okay. Die Wolfis mitmachen. Alles klar. Gut. So. Wen laden wir denn dann noch ein? Ach. Das ist echt blöd. Wir könnten jetzt... Wir könnten jetzt drei von der Moonwood Kommune. Also ich hätte auf jeden Fall gerne Wolfgang dabei. So, da ist Wolfgang. Da muss ich aber Christopher eigentlich auch einladen, oder? Die Idee war ja, da Michael ja kein Alpha werden möchte, sucht er sich selbst noch was. Wo er ja nicht unbedingt jetzt den Chef raushängen will, aber auf jeden Fall ja so das führende Organ ist. Okay. Michael, wo bist du denn jetzt? Hä? Gut, Wolfgang ist dabei. Ach, die kommen her, oder was? Die beiden. Na, das kann aber dauern. Moment. Das ist jetzt aber irgendwie... Wolfgang kommt. Ne, jetzt geht er hin. Also es ist doch irgendwie... eigenartig. Naja, Sims. Hat wohl wieder ein paar neue Bugs dazu bekommen. Huch, wie schaut das jetzt aus? Kim Goldblume. Schaut ja cool aus jetzt hier. Äh, was möchtest du? Simien, Silbers wird da echt süß. Ja, sag zu. Wo ist denn jetzt? Da ist er. Ähm, frag mal. Hast du es zwar schon mal gemacht? Gruppen. In Gruppe einladen. So. Sollen wir vielleicht Greg einladen? Ne, da haben wir einfach zu wenig. Äh, Platz. Äh. Hallo, Christopher. Was ist denn jetzt hier? Warum funktioniert das nicht? Mach mal über Mode scherzen und... Bitte jetzt einladen. Wenn das jetzt nicht geht, dann suche ich mal jemand anders. So, und? Wollen wir noch mal ein bisschen plaudern hier? Magst du die Gruppe? Ja, schaut so aus. Okay. Gut. Dann. Äh. Wo ist denn Lea? Wo ist denn Lea? Äh. Oder ist sie gerade in der Arbeit? Hä? Ja, plaudert doch noch mal. Lea. Schicke mal eine SMS einfach. Hm, vielleicht ist sie gerade arbeiten. Moment mal, schnell. Steht hier schon dabei? Huch, da steht jetzt dabei. Bildung, Highschool-Abschluss. Durchschnittliche Leistung abgeschlossen. Aber die Zeit... bei Röstfrisch. Bei Röstfrisch. Okay. Okay. Rory. Highschool-Durchschnittliche... Okay, das ist wohl... Wie soll man sagen? Ähm... Ähm... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin jetzt für... Äh, irgendwie heute bin ich nicht ganz da. Äh, entschuldigt bitte, Leute. Ähm... Wenn man, äh, ein Spiel schon gestartet hat, bevor das Update kam, dann steht wahrscheinlich so durchschnittlich dabei. Okay, du schreibst gerade eine SMS und plauderst noch mal ein bisschen mit Christopher. Äh, Yibs. Ähm... Verabredung bitten. Okay, Moment. Wo haben wir denn ein Café? Vielleicht treffen wir Lea dort zufällig. Ähm... Warte mal. Sanmai Shuno? Da gibt's, glaub ich, kein Café. Karaoke. Äh. Karaoke-Bar. Ja, bei Röstfrisch. Wo? Hm... Kaffee. Wo gibt's denn Cafés? Ob. Jetzt bin ich da wieder irgendwo hingekommen. Äh. Gibt's denn Cafés? Hier ist doch nur die Bar. Moment, vielleicht im Bündertl? Aber das ist doch auch was anderes, oder? Das ist eine Bar. Windenberg gab's, glaub ich, ein Café. Hase und Igel. Sollen wir da mal hingehen? Vielleicht ist sie zuwillig hier. Gut. Lea wär hier. Okay. Weil sie hätte ich auf jeden Fall gern in die Gruppe aufgenommen. Und ich brauch jetzt auch mal einen Kaffee. Manu. Prost, Leute. Und nochmal sorry für die Verpeiltheit. Also, noch mehr wie sonst. Ähm. Nee. Das ist Eric Lewis. Äh. Was ist denn jetzt hier? Hä? Warum leuchtet denn das jetzt hier? Komische Sache. Ähm. Okay. La... Äh. Okay. Ach, jetzt macht er sich selber irgendwas hier. Der Knaller. Hast du gerade Zeit, Lea, oder bist du in der Arbeit? Ich kenn leider deine Arbeitszeiten nicht. Weißt du was? Dann könntest du gleich mal hier bleiben. Ähm. 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 Lea? Hä? Wo ist sie denn? Hä? Wo ist sie denn? Hä? Äh. Das war eine Verabredung. Äh. Was? Ach, da steht sie doch. Mann. Warum hab ich sie vorher nicht gesehen? Ähm. Ähm. Ja, ich weiß sie. Was ist denn das heute für eine Folge hier? So. Mehr. Äh. Äh. Gruppen. Möchtest du auch in die Gruppe? Oh, das. Mehr Platz haben wir leider nicht. Was treibst du da? Ähm. Eric? Alter Leber, was regst du mich so auf schon wieder, Frau? Was wissen wir überhaupt? Kyoko. Mabisa? Haha, schön. Okay, cool. Dann können wir eigentlich bei der nächsten Folge irgendwie... ähm, so ein Treffen gleich mal machen. Was? 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 Was hab ich da gerade gelesen? Nach romantischem Interesse fragen. Aber da war auch irgendwas mit... Moment. Romantik. Da war irgendwas mit Techtelmechtelinteresse. Ja, okay. Das ist wohl das neue Update. Hallo, Schatz. Da knutschen sie einfach da. Okay, du magst die Musik nicht und auch keine Streits. Jetzt bin ich gespannt, was dann kommt. Und ob was kommt. Michael weiß jetzt über die romantische Orientierung von Lea Bescheid. Ich bin noch in der Erkundungsphase und probiere ein paar Sachen aus. Äh, okay. Okay. Und jetzt Techtelmechtelinteresse fragen. Wahrscheinlich dasselbe, oder? Was? Oh. 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 Äh. Oh. Flirbin darf, oh mansi flirbsi. Oh. Was? Äh, okay. Sexuelle Neigung. Frauen und Männer. Okay. Flirten Männer. Äh. 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 Ähm. Wart mal. Ähm. 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 Ich würd da gern mal was probieren. Kann man das einstellen? Wieso? Ach so, Moment. Wuuu! Wuuu! Äh. gibt es das hier irgendwo ein sim hinzufügen könnten das sein hat er mal hier vielleicht könnten das sein oder ist es beim beim shift menü dass man da was einstellen kann die sexuelle orientierung und so weiter also sie steht auch auf frauen okay so warte mal hier was gibt es hier nichts bei dir kinderbetreuung ach keine ahnung wo sowas steht wahrscheinlich wenn ich jetzt jemand anders da rein nehme was ist ich worry da wissen wir sowas ja noch nicht da muss man erst fragen okay michael geh mal schnell nach oben ich würde mich gerne in einen menschen wieder zurück verwandeln riebe es fuba erotischer austausch du süße Michael, gehst du jetzt mal bitte nach oben. Achso, war das ein anderes Klo hier? Kann das sein? Da, wo du nicht hin kannst? Genau. So. Wehrwolf zurückverwandeln. Und noch mal ein Outfit ändern. Äh... Ja, keine Ahnung. Und mal... Oh, wo gehst denn hin? Schatz, ähm, warum? Wo gehst du denn hin? Nicht wieder abhauen, Lea. Achso, die setzt sich da her. Was ist denn das hier, wenn Quatsch? Einzelsitze, oder wie? Äh, Komplimente über Aussehen machen. Äh, stehst du jetzt hier? Swinke! Hä? Serif! Warum stehst du jetzt hier? Warum kann ich hier nicht mit dir reden? Och, geh, komm. Ach, geh, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Ja, okay, vielleicht kommt sie da von allein raus. Ihhh, was ist denn das hier? Mach doch mal sauber, das ist ja ekelhaft. Da möchte ich nichts zum Trinken haben. Oh, Mann, ey. Äh, was war ein... Hä? Wer ist denn das? Monika Wagner. Achso, die haben wir doch im Dings kennengelernt. In der Uni. Willst du auch was? Essen bestellen. Wieso willst du jetzt was zu essen, du Vogel? Achso, du hast echt Hunger. Okay. Oh, oh, oh. Ich glaube, Mr. Harris ist ein bisschen überfordert hier. was für eine komische folge ich weiß gar nicht so wie schaut es da aus es ist ja auch ekelhaft wirst du was leute ich glaube ich werde es die folge beenden wird das ist irgendwie die ist irgendwie sehr seltsam geworden naja ok ach hier eine neue map copperdale also gibt es da auch der neue karte mit dem uni dings cool ja nicht schlecht das heißt gut nehme ich mal an das ist ja einzige was jetzt neu rauskommt ich habe das ja schon allerdings muss das erst freigeschalten werden ok dann mache ich jetzt einmal feierabend für diese folge ich hoffe die war was für euch leute ich weiß selber nicht wie ich die folge finde ich weiß auch nicht ich war da sehr verpeilt und außerdem hat wieder hit und von nix hingehauen naja ok alles klar michael du kannst noch mal was grün kurasko oder wie das heißt egal irgendwas alles klar ok dann bis zum nächsten mal leute ich wünsche euch was ciao und servus